Hör auf dein Herz Diabetes mellitus und die koronare Herzerkrankung sind ja extrem häufig miteinander vergesellschaftet. Man geht davon aus, dass fast drei Viertel aller Patienten mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung auch gleichzeitig an einem Diabetes bzw. der Vorform des Diabetes einer gestörten Zuckertoleranz, einer pathologischen Glucosetoleranz leiden. Dabei begünstigt der Diabetes das voranschreitende Arteriosklerose und damit auch der koronaren Herzerkrankung. Und so geht man davon aus, dass das Herzinfarktrisiko eines Diabetikers in etwa genauso groß ist wie das eines Nicht-Diabetikers, der aber bereits einen Herzinfarkt erlitten hat, also bereits bekanntermaßen an einer koronaren Herzerkrankung leidet. Warum ist das so? Der Diabetes begünstigt über verschiedenste Mechanismen das voranschreitende Arteriosklerose. Zum einen ist es so, dass der Diabetiker eben nicht nur an einer Zuckerstoffwechselstörung leidet, sondern eben auch an einer Fettstoffwechselstörung und dementsprechend besonders ungünstige Zusammensetzung seiner Blutfettwerte zeigt mit meist besonders hohem LDL-Cholesterinspiegel. Daneben ist aber auch so, dass durch die beim Diabetiker dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel die Funktion unserer innersten Schutzschicht der Arterien, das Endothel, massiv gestört wird, wodurch wiederum dem Voranschreiten der Arteriosklerose Tor und Tür geöffnet wird. Und schlussendlich ist es auch so, dass der Diabetiker eine allgemeine gesteigerte Entzündungsaktivität in seinem Körper aufweist. Und dadurch kommt es dazu, dass die Ablagerungen, die Plaques in den Arterien des Diabetikers instabiler sind, leichter aufreißen können und über diesen Mechanismus einfache Herzinfarkte verursachen können. Daneben gibt es viele weitere interessante Besonderheiten, die Patienten aufweisen, die sowohl an einem Diabetes- als auch an einer koronaren Herzerkrankung leiden. Und die wollen wir uns mal in den nächsten Videos etwas genauer zusammen anschauen.